Gnade sei mit euch und Friede von Gott und dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht bei Jeremia im 19. Kapitel. So spricht der Herr. Ein Weißer rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein reicher rühme sich nicht seines Reinen klug, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, deutliche, klare Worte. Ein Text, der uns zu Demut und Bescheidenheit mahnt, in allen Leben zusammenhängt. Demut und Bescheidenheit in allen Leben zusammenhängt. Sich nicht rühmen, gehört auch dazu. Damit fängt es an im Predigtext. Sich nicht rühmen, eine unbequeme Vorbeurteilung. Sich nicht selber darzustellen im Zeitalter der Social Media. Wer stellt sich nicht selber dar in Social Media? Es klingt eigentlich beinahe realitätsfremd, wenn der Predigtext sagt, wir sollen uns nicht rühmen. Haben Sie mal bei Facebook reingeguckt gelegentlich? Keine Selbstdarstellung, sich nicht rühmen. Und das im Zeitalter von Facebook und anderen Medien. Eigentlich beinahe unmöglich. Ich frage mich, wie das funktioniert. In diesem Film, der vor einigen Jahren ziemlich populär war in den Kinos, The Iron Lady, in diesem Film sagt Margaret Thatcher, ich zitiere das in Englisch. In der Vergangenheit, es war über etwas lieb, es war über etwas lieb. Heute, es war über etwas lieb. Being someone. Diesen Satz hatte ich mir gemerkt und aufgeschrieben. Im Kino, es war hell genug. Weil der Satz hat mich angesprochen. In der Vergangenheit ging es darum, etwas zu lieben. Heute ist es, jemand zu sein. Being someone. Selbstdarstellung ist alles heute. Und Social Media bietet dafür eine ideale Plattform. Und wenn Sie sich Facebook angucken, ich gucke da selten rein, ich lasse mir immer mal von meiner Frau erzählen, was gesehen ist. Und wer was sagt und schreibt über sich und andere. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich da zuhöre, da ist doch ein bisschen Selbstdarstellung da rein. Und dann ist der andere Aspekt, den ich auch höre, wenn ich dem Redigtext nachdenke, das Nichtrühmen kann auch einen ganz anderen Aspekt haben und auf einen anderen Schwachpunkt hinweisen, neben auf die Unrühmlichkeit. Nämlich darauf, dass es manchmal gar nichts zu rühmen gibt, sondern das Gegenteil der Fall ist, weil wir unsere Prinzipien verlassen haben, für die wir uns eigentlich rühmen könnten. Wir haben sie verlassen und das ist nicht rühmlich. Und so ist das ein sehr interessantes Thema, sich nicht zu rühmen. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, wie Rühmen und Unrühmlichkeit uns oftmals in einer Verquickung begegnen. Am 7. April 1994 brach in Ruanda der Bürgerkrieg zwischen den Regierenden Hutu-Milizen und den Rebellen der Tutsi aus. In nur 100 Tagen starben eine Million Menschen durch die Hand der Milizen, während die gesamte westliche Welt vor diesem blutigen Kapitel der jüngsten Geschichte Afrikas die Augen verschlossen hat. Der Westen, der sich sonst, gern und häufig seiner Ideale rühmen, Menschenrechte, Demokratie, Errungenschaften der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Gründerigkeit, der Westen hat hier aufs ledigste versagt. Wir erleben Ähnliches mit Jürgen Kralegas. Der Film Hotel Rwanda ist die wahre Geschichte eines ganz gewöhnlichen Mannes, der beispielsweise Zivilcourage bewies und über 1200 Menschen vor dem sicheren Tod rettete. Und da kommt die Verquickung. Hier das Verlassen von Prinzipien, eingeschlossen, die westliche Welt, die den Mund immer so voll nimmt mit Menschenrechten und all dem, was dazugehört. Und dann dieser eine Mann in diesem brutalen Umfeld, der das tut, was ihm sein Gewissen sagt. Paul Moses Abagina stellte sich couragiert gegen die Kräfte, die sein Land zu reißen wurden. Er öffnete seine Arme und er fand für viele einen Ort, an dem sie leben konnten. Er fand einen Ort, an dem die Hoffnung überlegte. An einer Stelle des Filmes heißt es, dass die westlichen Regierungen, USA, Großbritannien, Frankreich, mit einer militärischen Intervention keine Wählerstimmen gewinnen könnten. Deshalb hatten sie kein Interesse, weil sie damit hätten keine Wählerstimmen gewinnen können. Deshalb hatten die, die den Mund sonst voll nehmen von Menschenrechten Rednern anderen schönen Dingen. Sie hatten kein Interesse. So schnell verraten wir unsere Ideale für Wählerstimmen. Und kommt uns das nicht bekannt vor? Politiker, die für Wählerstimmen ihre Ideale verraten in der westlichen Welt? Von Diktatoren brauchen wir hier nicht zu sprechen. Schnell verraten wir unsere Ideale. Wir sage ich hier sehr bewusst, weil die allermeisten von uns 1994 zwar die oberflächlichen Nachrichten über den Bürgerkrieg, über die Massaker in Ruanda gehört und gelesen haben, aber es hat keine Auswirkung gehabt. Wir haben 1994 wir haben weiter gegessen, wie es in dem Film heißt. Nicht nur die Regierungen haben nichts getan, es hat auch keine Protestbewegungen in der Öffentlichkeit gegeben, es hat keine signifikanten Protestbewegungen in der Kirche gegeben. Unsere Eigeninteressen, die wirtschaftlichen Interessen waren wieder einmal viel stärker und das, liebe Gemeinde, sollte uns zu denken geben, wie schnell wir unsere Ideale, die wir sonst so hochhalten und anderen gerne vorhalten, wie schnell wir diese Ideale verraten. Ähnlich war die Not zur Zeit Jeremia. Er lebte und wirkte in Jerusalem so ungefähr um das 6. Jahrhundert herum so Ende des siebten Prozesses Jahrhunderts. Zur Anzahl der Könige Josia, Senecia und Joachim. Es waren Jahre des Verfalls, Jahre des Untergangs. Die Besatzungsmächte zuerst Ägypten unter Pfarrer Nehu und anschließend Babylon unter Neukadnezar beherrschten das Land. Sie verschleppten große Teile der Oberschicht und zerstörten schließlich nach einem Aufstand auf Jerusalem und den Tempeln im Jahre 587. Die Menschen lebten unter kaum auszuhalten Widersprüchen. Das ist die geschichtige Wirklichkeit, in die unser Text hineingesprochen wird. Elend und Not und dann ist da aber auch die Zusage Gottes, sein Volk zu mehren und zu vergrößern und das alles unter seiner Herrschaft steht. Alle schauen auf die Könige und die Könige, was haben die gemacht? Die Könige zur Zeit Jeremia oder in dieser Zeit im 6. Jahrhundert Ausgang des 7. Jahrhundert sie haben sich maßlos überschätzt, diese Herrschaft dieser Welt. Sie haben ihre eigenen Stärken und Möglichkeiten maßlos überschätzt und weil sie sich überschätzt haben, haben sie ihr Volk in den Abgrund geführt. Sie hatten die wunderbarsten Bündnisideen und alle schlauen Sachen, aber sie haben sich überschätzt und wie gesagt, das Volk ist im Abgrund gelandet. Eine schlimme Situation, ein kleines Volk Israel, ein kleines Volk gebeutelt von einer sich total überschätzten Regierung und der Brutalität benachbarer Großmächte. Zwei Momentaufnahmen der Geschichte, 20. Jahrhundert Wanda 7. 6. Jahrhundert vor Christus das Volk Israel. In beiden sind menschliche Klugheit und die ethischen Grundlagen des Zusammenlebens zerbrochen. Die Menschen reagieren fassungslos. Und da ist sie, diese bedrückende Frage, die wir auch aus unserer Geschichte kennen, die Geschichte, die wir miterlebt haben, da ist die bedrückende Frage, wie konnte ein zivilisiertes, in einer langen, humanistischen Tradition stehendes Volk so etwas zulassen oder so etwas tun. Im Blick auf Wanda, die zivilisierte christliche westliche Welt stellte sich 1994 ein Armutszeugnis dar. Und gleichzeitig bewegt uns natürlich auch die Frage und taucht die Frage auf, wo war Gott in dieser entsetzlichen Situation? Warum hat er das Grauen nicht verhindert? Mitten in dieses Fragen hinein, in die Zerbrochenheit menschlichen Lebens und menschliche Illusion entwirft Jeremia, der Prophet, mit seinen Worten ein Gegenbild. Ein Gegenbild zur menschlichen Weisheit, ein Gegenbild zur menschlichen Stärke und Reichtum, die offensichtlich alle drei zusammen versagt haben. Im Namen Gottes spricht ihre Mia, der Prophet folgen von Herzlichkeit, Recht und Gerechtigkeit, die von Gott kam. Wir erleben und hören in unserem heutigen Predigtext ganz deutlich Gott ist die Kritik des Menschen. Gott ist die erneuernde Kritik des Menschen. Gott ist ein Gegenbild zum Menschen mit seinen ihm innewohnenden Triebüberschüssen seiner Gier und seinem Hang zur Macht. Gott ist ein Gegenbild zum Menschen. Jesus ist der Gegenentwurf Gottes zum zügellosen Menschen, zum verantwortungslosen Menschen. Gott will den Menschen zum Leben helfen, indem er ihn zügelt und von sich selber befreit. Und deshalb, liebe Gemeinde, steht in der Bibel das Wort Umkehr. Umkehr zu Gott heißt Umkehr zum Leben. Diese drei Begriffe, Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, die sind untrennbar, die gehören zusammen und bezeichnen die Qualität und die Art und Weise von Gottes Handeln in dieser Welt. Bezeichnen, was Gott gefällt, bezeichnen, wie Gott durch uns in dieser Welt erlebt werden will. Gott will in dieser Welt erlebt werden, indem wir Barmherzigkeit walten lassen, indem wir Recht handeln und indem wir auch der Gerechtigkeit zum Siegen verhelfen, da wo wir es können. Die Begriffe definieren Gottes Beziehung zu uns Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Sie konkretisieren sich im Leben, indem wir sie umsetzen in unserer Welt, in unserem Umfeld. Wir haben umzusetzen. Ich wiederhole es, damit sich es einträgt. Wir haben umzusetzen Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. So soll es sich ereignen zwischen Gott und den Menschen und daraus folgt auch zwischen den Menschen untereinander, zwischen den Menschen und der Natur. Man kann das eine vom anderen nicht trennen. Unser ganzes Leben in seiner Gesamtheit und Tiefe soll durchdrungen sein von Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Diese drei Begriffe kennzeichnen die Struktur, die Grundfeiler eines göttgefälligen Lebens. Ja, eine Gemeinschaft, in der Leben gedeiht. Liebe Gemeinde, noch einmal, Leben gedeiht in einer Gemeinschaft, wo wir Barmherzigkeit üben, Recht und Gerechtigkeit und sie verhelfen und es selber praktizieren. Da gedeiht Leben. Und wo diese grundsätzlichen Pfeiler unserer Gesellschaft angekratzt oder gar zerschlagen werden, gedeiht kein Leben. Da geht Leben kaputt. Ich denke, die Frage beantwortet sich von selbst, wohin es führt, wenn wir es daran mangeln lassen. Ich habe es eben versucht, mit wenigen Worten ausführen. Judah und Ruanda sind nur zwei Beispiele. Was sich im großen politischen Bereich verheerend und zerstörend auswirkt, wirkt sich genauso verheerend im persönlichen und privaten Bereich unserem Leben aus. Ich weiß, dass wir in einer Welt leben, in der es oft gnadenlos geht. Ich weiß aber auch, dass wir in einer Welt leben, wo genau diese Dinge Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit und ich möchte noch Liebe dazu fügen, wo diese Dinge praktiziert werden. Aber wie gesagt, ich weiß auch, dass es oftmals gnadenlos zugeht und das besonders, das ist jetzt meine persönliche Meinung, gleich sehen Sie das anders, es geht oftmals besonders gnadenlos zu im Wirtschaftsleben, an der Arbeit. Vielerorts ist Mobbing angesagt und das im steigenden Maße, obwohl wir immer diesen Pink Shirtley haben, wie Siegeln und Dabit Jungs immer im Februar daran erinnern. Wir sprechen so viel davon und trotzdem höre ich immer wieder über das ganze Jahr, wie Kinder gemobbt werden in der Schule, wie andere in der Arbeit gemobbt werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir versuchen, diese gottgebeute, gottgefällige Art des für die die Worte stehen Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Es tut uns Menschen einfach gut, wenn da die allein auf Leistung und Tüchtigkeit setzende Gnadenlosigkeit uns Alltags doch immer wieder durchbrochen wird, durch die Erfahrungen, durch das Erleben von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Und selbst wenn solche Erfahrungen nur begrenzt und flüchtig sind, vermitteln sie doch davon, wie das Leben eigentlich von Gott her gedacht ist. Und das ist eine Einladung, dass wir das Leben so gestalten, dass wir uns so bewegen, wie Gott uns gedacht hat. Und deshalb habe ich gesagt, Gott ist die Kritik, am anderen Kritik ab Menschen. Kritisch müssen wir uns fragen, hat nicht gerade das Beispiel von Ruanda gezeigt, wie weit Anspruch und Realität bei uns oftmals auseinander klappen. Alles Rühm, alles Selbstlut, wie herrlich es doch ist, wie weit wir es gebracht haben und jetzt kommt wieder die Litanei mit Menschenrechten, Demokratie und so. Wir müssen damit sehr vorsichtig umgehen, denn wenn man solche Hintergrund hat, Ruanda zum Beispiel oder jetzt Syrien, da könnte das sehr schnell zynisch kommen. Und doch behauptet der zweite Vers unseres Predigtextes, dass Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, dass es die gibt. Und dazu zum Abschluss noch ein paar Gedanken. Einstein soll einmal gesagt haben, die entscheidende Frage im Leben sei, ob das Universum ein freundlicher Ort sei oder nicht. Ich fand diese sehr interessante Äußerung. Einstein sagt, die entscheidende Frage im Leben ist, ob das Universum ein freundlicher Ort sei oder nicht. Und zum Universum gehört unsere Erde. Da habe ich noch gleich gedacht, der Einstein meint wahrscheinlich auch unsere Erde. Entscheidend ist die Frage, ob unsere Erde ein freundlicher Ort ist. Nun frage ich sie, ist unsere Erde ein freundlicher Ort? Hast du deinen Beitrag geleistet, dass diese Erde ein freundlicher Ort ist? Hast du das? Willst du es morgen tun, deinen Beitrag zu leisten, dass diese Erde ein freundlicher Ort ist? ich bin überzeugt, dass diese Erde ein freundlicher Ort ist und bleibt solange wir dafür Sorge tragen. Denn es gibt in dieser Welt Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Und es hat sich immer wieder gezeigt, dass es in dieser Welt auch Inseln der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gibt, auch dann, wenn man im Meer der Ungerechtigkeit und Brutalität schwimmt. Dieser Hotelmanager ist ein Beispiel dafür. Und wo wir es sein können, sollten wir auch Inseln der Hoffnung sein oder gestalten, wo Menschen Platz finden. Und dann beantwortet sich diese Frage, ist diese Erde ein freundlicher Ort? Ja, sie ist es. Aber wir wissen auch von der anderen Seite. Es sind die Inseln der Barmherzigkeit, auf denen Menschen immer wieder Trost gefunden haben und gestärkt wurden. Denkt einmal an eure eigene Lebensgeschichte. Kennen Sie nicht auch aus ihrer eigenen Lebensgeschichte Inseln der Barmherzigkeit? Ich empfinde es schon als richtig und heilsam und als tröstlich, dass diese biblische Botschaft uns die Illusion einer heilen Welt nimmt, aber im selben Moment sagt, dass Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit durch Gott in dieser Welt sind und dass wir durch Jesus Christus das erfahren. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Recht wird wahrnehmbar und erlebbar in dieser Welt durch uns es sind diese Visionen Jesaja spricht ja von es ist im Grunde meine Vision aber liebe Gemeinde es sind diese Visionen dass Barmherzigkeit Recht und Gerechtigkeit gibt es sind diese Visionen die die jede Generation aufs Neue dazu einladen es auszuleben zu jeder Generation spricht Gott neu über Barmherzigkeit Recht und Gerechtigkeit das wird zu jeder Generation neu gesagt und darum ist es wichtig dass diese Vision nicht zum verstummen kommt und wenn die Kirche zusammenstrumpft auf zehn Leute aber diese zehn Leute halten diese Vision in der Welt aufrecht und ich bin enttäuscht von Bischöfin Junkermann wenn sie sich hinstellt und sagt die Kirche ist tot die Kirche ist nicht tot weil Gott nicht tot und deshalb bin ich enttäuscht wenn eine deutsche Bischöfin so etwas sagt Gott stirbt nicht und deshalb stirbt die Kirche auch wie gedacht wenn es zehn Leute sind die diese Vision weitertragen es ist nicht das erste Mal dass die Kirche durch ein Tal geht und dieses Tal hat sie oft gehört hier dieses Tal hat sie oftmals auch selber verschuldet Gott ist Gegenwart in dieser Welt zu leben und zu bekunden das ist unsere Aufgabe die Hauptperson im Film der Rwanda ein ganz normaler Mensch der vorher überhaupt nicht besonders hervorge getreten ist ein Hotel Manager tut mit großem Mut und noch mehr Erfindungsreichtum das moralisch Richtige und Notwendige er riskiert immer wieder sein eigenes Leben und rettet wie gesagt ungefähr 1200 Menschen vor diesem mörderischen Ball ein großes Beispiel es gibt auch viele andere Beispiele des alltäglichen Lebens es gibt Beispiele in unserer Gemeinde und wir sind eingeladen das nächste Beispiel zu sein ich wiederhole es nochmal wir sind eingeladen das nächste Beispiel zu sein von Herzigkeit Gerechtigkeit und Recht Gott unser Herr die Quelle des Lebens ist lebendig wirksam und erfahrbar in jedem kleinen Akt wo genau das passiert ohne diese Erfahrung und die daraus erwachsene Hoffnung wäre es sehr schwer die menschliche Dummheit und Eitelkeit und das Chaos das der Mensch oft anrichtet auszuhalten Möge Gott Möge Gott jeden Akt der Barmherzigkeit jeden Akt der Gerechtigkeit und des Rechtes in dieser Welt segnen Es geht eben nicht um Weisheit und Stärke und Reichtum sondern es geht liebe Gemeinde und um ein gottgefälliges Leben Und was soll ich jetzt eigentlich wiederholen Welche drei Worte waren wir? Naja Sie wissen ja Barmherzigkeit Gerechtigkeit und Recht Amen Und der Friede Gottes welcher höher ist denn alle Vernunft wahrer Eure Herzen und Sinne im Christus Jesus Amen Lasst uns jetzt gemeinsam singen